Da kommt einer, er springt! Und in den Schädel geschossen. Da, hol sie dir, hol sie dir! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Oh! Schöner Regenbogen da hinten. Gefällt mir. So, ganz weiter gehen. Ja. Und so auch. So nicht. Hacken und Schlitzen, hacken und Schlitzen! Ja! Er ruft Mama an. Mama, Junge, wir haben den Sekt erobert. Moin Mo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer Weiterrunde. Battlefield 5 auf dem Schlachtfeld der Leidenschaft. Gute Laune Schlachtfeld. Heute mal als Sturmsoldat unterwegs mit dem Gewehr 43. Ich liebe das Teil. Ich könnte es abends mit ins Bett nehmen. Au! Als echter Soldat müsste ich das sogar. Also weiter hier über den Berg, über den Hügel. Da kommt einer! Er springt! Und in den Schädel geschossen. Welch glücklicher Schuss. Er sprang förmlich selbst in die Kugel. Komm. Ich will mein Schwert. Will das Schwert? Wo ist es hin? Mein Schwert ist weg. Ich hab's nicht. Scheiße! Ich wollte es doch mal ausprobieren. Gib ihm! Er hat den Schwert gehabt. Alter, der hat die Leck geschlagen. Aufgeschlitzt. Wie vom Feinsten. Kumpelblase liegt da hinten. Aber ich hab Angst. Ich will erobern. Ja Junge. Wir erobern. Du kommst doch gleich wieder. Nun beschwere dich nicht. Wo ist er denn? Man sieht ihn gar nicht mehr. Jammert hier rum. So. Das Ziel ist erobert. Der Sektor gehört uns. Und ich treffe nichts. Oh. Hier drüben. Auf der Map. Auf der Map. Sie müssten aus dieser Richtung kommen. Ach ne. Ratsch. Aus dieser Richtung. Das andere waren ja bloß Minen. So. Der erste. Nummer zwei. Komm. Nummer zwei. Komm. Ja Kumpel. Du sagst es. Die armen Schweine. Wollten eigentlich. Wollten wahrscheinlich nur in ihren sicheren neuen Sektor zurück. Und ich habe sie in Stücke geschossen. Oh. Panzer. Panzer. Ich will mal fahren. Ich fahre nicht. Ist das jetzt am MG oder was? Na gut. Dann fährt er und ich schieße. Dass ich mich freiwillig in einen Panzer setze. Das ist immer so. Oh. Ja. 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 Und ich wollte gerade sagen wir sind immer so passiv. Oh nein. Scheiß. Bleib stehen. Ah. Ja. Macht sogar Spaß. Irgendwie kommt es mir vor als würde ich an der Schießbude stehen. So ein richtiges. Au. Idiot. Ey der macht unseren Panzer kaputt. So ein richtiges Schießbude feeling kommt hier auf. Da war wieder einer. So eine Ente am Pappstiel kam vorbei. Schade ich habe sie nicht zerstört. Noch einer. Äh. Da. Äh. Da. Äh. Da. Da. Komm Junge. Lass uns rüber aufs Schlachtfeld fahren. Oh er hört sogar aufs Wort. Eine Reparatur. Ich kann dir leider nicht helfen Kumpel. Ich bin Wurmsoldat. Da hol sie dir. Hol sie dir. Ja. Hol sie dir. Ja. Wer mir sagen kann. Aus welchem Film das stammt. Der darf mit mir auch mal im Panzer sitzen. Da liegt noch einer. Da. Oh schade er ging mir durch die Lappen. Verdammte Scheiß. Da war einer. Ja. Komm komm. Weg. Der war schon tot. Mist. Oh. Arbeitskollegen. Arbeitskollegen im eigenen Blech. Mann. So kann ich nicht schießen. Im eigenen Blechkasten. Da. Ja. Komm. Komm. Wo ist er hin. Schade. Oh. 146. Ey. Alter. Da müsste eigentlich. Müsste eigentlich. Äh. Schon jetzt von allein umfallen. Naja. Ich glaube. 4 HP hat er noch. Da. Wackel mal nicht so. Jetzt ist er weg. Schade. Ich sehe nichts. Kammerjäger. Hier unterwegs. Will die Bude ausräuchern. Fahr durch Digga. Fahr durch. So kann ich nicht arbeiten. Flugzeuge könnte ich jetzt abschießen. Da läuft einer. Ja. 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 Oh. Oh. Das ist ja geil. Da kommt. Da kommt Freude auf. Schade. Was stand da? Beifahrerhilfe. Ich schieße einfach mal blind in die Pampa. Junge reparieren. Sehr gut. Der Mann versteht seinen Job. Aber so kann ich nicht schießen. Schöner Regenbogen da hinten. Gefällt mir. Ich habe noch nie gesehen, dass hier ein Regenbogen ist. Ja. Da hinten. Ein ganzes Nest. Der Baum verdirbt mir die Sicht. Junge fahr mal dahinter. Fahr mal dahinter. Sie schießen schon mit schweren Geschütze auf uns. Ich siebe einfach mal hier rein. Aufpassen, dass die Knarre nicht überhitzt. Sie qualmt schon. Mann. Wir müssen näher ran, Kumpel. Feind getroffen. Also den müssen wir Punkte erobern. Da unten war er auf der Straße. Aber er konnte nicht hin. Für mich unerreichbar. Aber er... Ich habe Vertrauen zu meinem Fahrer. Er hat uns bis jetzt gut gelotst. Oh. Das war schräg hin. Führt er Reparaturen aus. Oh. Was ist das rote da unten? Ja. Ich will. Ich will. Ah jetzt. Ich dachte schon, er ist im Panzer an Altersschwäche gestorben. Flugzeuge. Ja. Könnte ich mit abschießen. Mann. Wo fährt er hin? Kumpel überlaufen gefahren. Durch hier. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Mein Bester. Wo willst du hin? Wo will der hin? Was macht der? Siehst du? Wir verlieren noch unseren schönen Panzer hier. Er repariert. Sehr gut, sehr gut. Der Mann versteht seinen Job. Da schießt noch einer mit. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich ball einfach mal. Ich sehe nichts. Raus hier. Das ist mir jetzt zu langweilig. Jetzt will ich wieder hier Bärte erobern. Aktiv mitmischen. Das ist doch scheiße. Sitze da in der Schrottmühle und kann nichts machen. Hör ich nicht Tippelschritte irgendwo? Ah, er schießt in die Richtung. Okay. Okay. Gleich haben wir Bärte erobert. Yep. Andon, kommt Leute. Zu Andon. Andon braucht unsere ganze Aufmerksamkeit. Schade. Andon ist uns durch die Lappen gegangen. Aua. Ich wurde errettet. Oh, eine übelste Blutlache. Von mir. Das ist ja ekelhaft. Auf. Auf zu Andon. Andon wird schon eingenommen. Gucken, dass sich hier kein hinterhelliger Strolch rumtreibt, dem man eine Gugel in den Schädel jagen muss. Ja, muss. Der Sektor gehört uns. Räumt die Scheiße. Ich sehe keinen mehr. Jetzt stopfe ich mir erstmal Munition in den Hals. Dann geht's weiter zum nächsten Sektor. Da hinten ist noch was, aber das ist unerreichbar. Ein Panzer auch noch. Oder sowas. Ach ne. Hä? Ach ne, doch. Das sah aus, als wäre der rote Punkt jetzt über meinen Kameraden gewesen. Ich hätte ihn fast weggeschossen. Sektor gesichert. So, nun. Auf geht's. Sehr schön. Tauchen ist immer cool. Wie um die Kugeln, die Luft durchbeitschen. Ja. Jo, der ist den über den Fuß gefahren mit dem Panzer. Ah ja. Oh, da unten. Mann. Ja, ich auch. Wer schießt? Schade, schade, schade. Komm, mach ihn, geil, mach ihn. Ja. Hu. So. Kein Medikit mehr. Davon. Ui. Es war so schnell. Tauchen. Tauchen. Hu. Ui. 7 HP. So, Munition. Oh, ich bin jetzt erschrocken. Ja, danke. Medikamente. Au. Da oben. Ey, die liegen auf dem Dach. Wir sind nicht da hochgekommen, Alter. Aber das Rumgegammeln auf dem Dach hat ihnen nichts genutzt. Ziel anderen gehört uns. Sie wurden da oben herunter geschossen, wie die Tontauben. Da liegen sie. Die. Der Arsch ist zum Hals aufgerissen. Ja, du. Sehr schön. Nebel des Krauens für die. Hoff ich. Mann. Nein. So, dann auf zu Bertha. Die dicke Bertha. Oh, hier. Nice. Turm. Da liegt... Ey, hier, Kameraden. Unter Wasser. Cool. Hallo, Jungs. Rettungsschwimmer. Metall ist euch sicher. So. Ganz weiter gehen. Und so auch. So nicht. Die Beine, wie sie sich unter Wasser gedreht hat. Oh, direkt bei Bertha gespawren ist doch. Nice. Da kann die Eroberung gleich beginnen. Ui. Das war knapp. Mann. Ach da. Alter. Aber er war genau so ne Holtbörner wie ich. Er hat's auch nicht mitgekriegt. Oh, Schwert. Mein Schwert. Also Katala. Man möchte ja schon. Ja, kurz. Warte, komm her, Kumpels. Schlitzel mal. So. Dann. Ich hab mein Schwert. Ich bin gespannt. Oh. Schnell. Ich muss rüber ins Feingebiet. Hacken und schlitzen. Nein. Oh. 19 HP. Lasst mich. Ich bin Schlitzer McIrk. Schlitzer McIrk will hacken und schlitzen. Oh, da steht ein Panzer. Oh, zum Glück umgesetzt. Oh. Oh. Ja. Hacken und schlitzen. Hacken und schlitzen. Hacken und schlitzen. Oh, was darf das jetzt? Ich weiß es gar nicht. Hacken und schlitzen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Fetzt. Kommt her. Ich schlitze euch auf. Schlitzer McIrk. Ja. Ja. Huh. Hat mich gesehen. Einer hat mich gesehen. Nein. Oh. Mein Schwert. Gespawnt beim Taktik Dax. Ähm. Schade. Mein Schwert ist weg. Ich bin so traurig. Es war so schön eigentlich. Muss ich sagen. Ich muss auch feststellen. Die meisten Kills habe ich nicht gemacht. Heute mit dem Schwert. Und mit dem Panzer gemacht. Gewehrmäßig ist da heute nicht so viel los. Bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und schon wieder weg. Es ist ja schon der letzte Sektor, Alter. Die. Ja, die haben keine Chance. Die haben wir ja komplett überrannt. Am Ende des Sektors noch so viel Zeit übrig. Nein. Schade. Schade. Da ist noch einer. Er ruft Mama an. Mama, Junge. Wir haben den Sektor erobert. Guck, Mama. Ich zeig's dir im Fernglas. Er hat gelogen. Der Sektor gehört noch nicht uns. Aber jetzt. Jetzt wird er übernommen. Ich dachte, da lag einer schimmelig auf der Erde. Oh, Alter. Sektor Artillerie feuert uns hier. Puh, sie heizen uns ein. Japp. 21. Jetzt aber siebenmal gestorben. Das ist eigentlich eine Dreierquote. Leider mit dem Gewehr nicht so brilliert. Ärgert mich. Okay, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.